Wir haben seit September letzten Jahres uns auf die Suche nach Songs gemacht, die euch und uns auch wichtig waren. Genau, und über Fragebögen konnten Sie uns dann Ihre Songs schicken und die dazugehörigen Geschichten, also sozusagen die Momente Ihres Lebens. Ja, und mit diesen Einsendungen hat sich natürlich unser Experten-Team intensivst bewacht, ja. Und daraus ist dieser Abend entstanden. 玻璃G-� Stopp. Dieser Song ist schwer! Stefan! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017